Keine Wahl. Alles ist genauso, wie es zu sein hat. Wie es ist. Keine Wahl, das ist nicht schlimm. Keine Wahl ist nicht schlimm. Es scheint immer nur schlimm zu sein, in der Idee zu leben, ein Wählender zu sein, eine Person, die sich für das Richtige entscheiden könnte. Und wenn sie das nicht tun würde, dann würde sie leiden. Doch keine Wahl. Wo keine Wahl ist, ist das, was ist, wie sie ist. Es ist schon alles entschieden, aber es gibt keinen mehr, der verschieden wäre von dem, was ist. Also keinen getrennten, kleinen, einsamen, sehnsüchtigen, der nach Erfüllung strebt. Und keine Wahl heißt auch das Bewusstsein. Du selbst kannst dich nicht dafür entscheiden, nicht dran zu glauben, ein Mensch, eine Person zu sein, mit einer einzigartigen Geschichte, lebend in einem Universum, das unendlich groß ist. Und doch weißt du immer absolut, dass du dir nur was vormachst. Dass du dich nur selbst erträumt hast. Ich träume mich. Aber es ist ein schöner Traum und er wird nie aufhören. Es ist halt vielleicht irgendwann mal ein anderer Träumer da, ein kleiner Träumer. Eine andere Hauptrolle, ich und mein Leben. Doch, 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 es gibt keinen, der sich dafür entschieden hat, so zu sein. Kein Mensch konnte auswählen, ein Mensch zu sein. Keine Person hat entschieden, so, jetzt bin ich mal diese Person hier, diesen Eigenschaften, dieser Geschichte, diesen Verwandten, diesen Problemen und diesen Genüssen und Vorzügen. Nee, bang, zack, auf einmal wacht das Bewusstsein auf, in diese Rolle rein. Und denkt dann vollkommen, ja, ja, ich bin das, das ist doch mein Leben. Ich muss doch irgendwie es arrangieren, dass ich glücklich werde. Hier, was kann ich denn alles machen? Oder, oh, auf was muss ich denn Acht geben? Oh ja, wie schaffe ich es bloß? Muss ich meditieren oder viel Geld verdienen? Oder die richtigen Freunde finden? Die richtigen Sachen machen? Aber, es ist ja alles schon so, wie es ist. Verändert sich ja nichts. Weil alles schon da ist und die Veränderung, die dann erlebt wird, als, ja, heute war ich so, morgen bin ich so, meine Freundin ist heute schlecht drauf und morgen wieder gut drauf oder umgekehrt. Und, das ist ja schon alles, die Zukunft ist ja schon, damit hier dieser Moment so sein kann, wie es, ist ja alles nur klar, aber es stimmt ja alles gar nicht. Nichts, was ich sagen könnte, könnte das im Entferntesten treffen, was ist. Keine Definition, ich kann es nennen, ich kann hier sagen, ja, das sind die Blumen, das ist hier ein Gesicht. Aber was soll's, das sind ja nur Worte. Kannst sagen, das ist ein Traum, das ist Illusion, das ist Wirklichkeit, das ist was auch immer. Es bringt ja gar nichts. Es sind ja nur Worte, nur Gedanken, die treffen ja gar nicht das, was ist. Und das, was ist, wird nie beschränkt werden durch irgendwelche Ideen oder einen Ideengeber oder einen, der glaubt zu wissen, wie es zu sein hat oder wie es aussieht. Das ist doch wunderbar. Das ist, undefinierbar, das ist, was es ist. Halleluja. Om Sajid Ananda. Shanti Shanti Om.